hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play DC universe es ist Dienstag und es regnet vielleicht hört ihr es ja und ich würd sagen weiter gehts er lex luther ich freu mich da ich mich freuen kann so wir waren das letzte mal in diesem polizeipräsidium stehen geliebt von gotham nicht wahr yo sexy hexy würde ich sagen naja ich würde das jetzt nicht als ihr clown von gewissen leuten so was hatten wir jetzt noch vor panic attacke halte scarecrow's bundle davon ab die angst gasnebelpumpen aufzustellen gehe zur verlassenen baustelle im eastland ok was geht ab yay ach nee ladebildschirm 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 du bist so ein wohnerschöner ladebildschirm 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 oh alter ich überleg euch das rausschneide also liegt doch nicht an mir oder liegt an meiner internetverbindung die ist eigentlich super ladebildschirm ladebildschirm und sagt wir müssen hier lang aber machen wir doch ähm müssen wir uns mit dem kloppen ich glaube das ist für uns noch nicht so gut Ah, okay. Geht auch noch. No. Ah, in welchem Dark Knight Film war das? Wo Scarecrow dasselbe macht halt da. Also, so ähnlich, also... ...eigentlich gar nicht. Ach, mein Mensch, Leute, bis da... Ich komme ja auch langsam so ein bisschen raus. Oh, na, da ist Hauslehrer-Beläge schon. Ah, hier gibt's jetzt richtig Kloppe, meine Freunde! Ach, die Kacke. Ich habe vergessen, dass wir noch nicht so viel aushalten. Sind ja auch erst Level 3. Was macht denn der da? Der hat nicht verboten. Was haben die Angstgasauslöser? Haben die so einen Dinger bei, oder was? Ja! Boah, boah, boah! Aua! Da hat mein 1, wo er nicht funktioniert. Äh, wer schießt denn da? Find ich nett. Ne, genau. Oh, nun... Gleichheit! Hey, hier ist Oracle. Vor Feiertage. Leider rufe ich aus Geschäftsinsturzen an. Die Jahreszeit des Lebens wurde durch den Oral-Schlettern Larnvlies und seine Kier in die Jahreszeit des Lebens umgewandelt. Sprich mit Hell in Wachtturm für weitere Infos. Ähm... Okay. Können wir schon in den Wachtturm? Hm. Also zumindest haben wir einen Kraftpunkt bekommen. Rrr, Kraftpunkt. Und... Alter, ist das euer Ernst? Ah. Ja, ist ja gut. Geht sterben. Dankeschön, Dr. Claim. Ähm, Kraftpunkt. Ja, ja. Fertigkeit. Waffen, Akrobatik. Haben wir sowieso noch nicht. Waffen. Faustkampf. Haben wir das hier schon? Scheint so. Okay, Kräfte. Ähm. Ich überleg grad... Wir hatten ja davor diese Taser-Linie, die wir freischalten konnten, wenn wir nicht wahr. Ob wir uns erstmal die holen, oder ob wir... Verstärkt deine Angriffe, damit ein Schadenausstoß, was Feinde in Angst vor dir... häh... Ha, 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 ha. Rauchbombe? Hm, 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 hm. Ikonen-Kraft haben wir noch keine, was? Nö, Abwand schalten wir frei. Level 10. Ich glaube, dann machen wir erstmal diese Taser-Linie. Yo. Okay, anscheinend können wir schon in den Wachtraum. Früher hat es ein bisschen länger gedauert, glaube ich. Aber früher war ich vielleicht auch einfach ein bisschen dümmer. Ja. Hieß der eine gerade Fake Lantern? Ach nee. Nicht jetzt richtig? Hoffentlich. Ladebetscher. Ladebetscher. Ah, jetzt geht's schneller. Okay. Ich denke mal... Ich brauche hier erstmal nichts dazu erklären, weil es wird sowieso jetzt noch tausendmal als Tutorial reingedrückt, denke ich. Wenn nicht, dann sage ich danach... Dann sage ich gleich noch was dazu. Also ihr seht ja oben den Mini-Map, da müssen wir eigentlich immer zum Kreuz. Ja, und das Kreuz ist diesmal... Achso. Ach, und er lädt, und er lädt. Und er lädt. Und finde seine Verstecke und finde seine Verstecke mit gestohlenen Weihnachtsgütern. Hole so viele Geschenke wie du kannst zurück, bevor er sie auf seinen Planeten Okara schickt. Und gib sie Leuten, die sie wirklich brauchen. Awww. Okay, also spielen wir jetzt sozusagen den Weihnachtsmann. Auch was. Hal weiß, was er tut, wenn es um das emotionale Spektrum und das Core geht. Wenn er wegen Loveleys besorgt ist, hat es Priorität. Viel Glück. Okay. Jetzt muss ich echt die Weihnachtsgüter holen. Naja. Also ich sag mal so, die Mission gab es im Sommer noch nicht, aber... Kann man sich vielleicht auch denken. Also der Wachtturm ist sozusagen... Weil ich hab ja jetzt davon erstmal nichts gehört. Sozusagen so die Hauptzentrale von den ganzen Superhelden hier. Und da hat halt jede Kraft ihren eigenen Flügel. Wir sind hier im Technologieflügel. Die Batman-Leute. Dann gibt es drüben, glaub ich, diesen... Na, wie heißt er? Ich guck schnell. Na? Ja. Das zeigt ja bestimmt der Jan, oder? Ah, der Magieflügel. Okay. Ich weiß nicht, ob es noch einen dritten Flügel hier irgendwo versteckt, der ich nicht entdeckt hab. Bestimmt. Also hier sind halt so die Superman-Leute und so die Dinge, die voll unrealistisch sind. Weil Batman nur realistisch ist, ich weiß, ja. Und da kann man hier sich halt sein Equipment und so schon holen. Das ist eine richtig geile Kampfausrüstung. Aber die kosten dann halt auch dementsprechend erstmal, dass wir uns die noch lang nicht leisten können und auch nicht tragen können. Weil das ist erst ab Level 30. Ja, kommt hin, glaub ich. Sei gegrüßt. Ich kann dir helfen, dich für den Kampf auszurüsten. Na, das kann die. Teilchen! Aber wir werden jetzt erstmal hier unsere Geschenke... Wollen wir vielleicht schon... Wir können ja mal nach Metropolis eigentlich gehen. Ja, dann zeige ich euch das auch noch schnell. Und dann können wir hier schnell ein paar Geschenke suchen. Ich hoffe, die sind nur nicht überpowert für uns. Weil, ich glaube, soweit ich weiß, kriegt jeder diese Mission. Egal, welches Level er ist. Joa. Das ist ganz komisch. Er lebt bei mir so langsam. Obwohl eigentlich... Mein Inter ist ziemlich schnell, das momentan. All in Quaden. Du, 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 du. Oh. Ja. Jetzt besteht alles nur das Ladebildschirm. Es tut mir leid, aber es ist so. Oh, ein Weihnachtsbaum. Lol. einfach mit klappen hier immer spaß hier ist ja ganz schön die post ab so direkt vor dem hauptfahrt hier von uns manchmal schnell das geschenk auf wie die abdance richtig geil ok holen wir schnell zurück ja wo sind hier welche dafür müssen wir erstmal welche finden um sie zurück zu bringen die war aber die sind ganz dezent gekennzeichnet mit diesem netten regenbogen alter schalter ok sie sind eigentlich überpowered für uns das finde ich schon wichtig weil sollt dann wirklich nerven ja komm gehe ich aufregen ach so die taserlinie haben wir gleich aus gott ach komm herauf damit ja top ok dann kann ich das kind schon mal eigentlich helden person wir haben auch einen namen du arsch taser na dem haben wir sie da eben oh Hat der mal in diesen Geschenken rumfummelt? Nee, nee, nee. Yay, ein Weihnachtsbaum. Tschuldigung. Ach, du schon wieder hier. Die sehen alle sehr gewaltig aus, aber noch können sie ja nicht wirklich so viel. Ich habe die ganzen Gegner hier stärker an Erinnerungen, glaube ich. Aber vielleicht ist es auch noch erstmal zum Einstieg nur so easy. Oh no. Ja, das ist ein Weihnachtsgeschenk. Ja, jetzt gibt es Klappe. Du hast Weihnachten gerettet. Ich habe Weihnachten gerettet, ich weiß. Ja, komm, schnapp dir die Geschenke. Ach, die Frage. Hau doch ab, du Scheißgeschenk. Feiertage gehören mir. Ich liebe Beide. Lass zurück. Alter. Das Beliebte dauert die Mission nicht lange. Da kriegen wir ein Geschenk, wenn wir so... ...neun Gegner auch so besiegen. Ist ja auch top. Ich soll erst mal zu dem nehmen gehen, glaube ich. Alter, halt mal mit der Ruhe. Hat mich eigentlich was für Scarecrow vor? Mann, irgendwann nervt der Tanzen auch, ey. Ja. Guten Hunger sag ich nur. So was wolltest du? Ist ja komisch. oder? Ich wollte dich nicht mehr ab mitad. Aber erst mal card.